Peace, Leute! Und zwar geht es heute darum, dass man keine Vermutungen, keine Annahmen anstellen sollte, was Leute überdurch denken. Man macht es oft automatisch einfach. Man stellt so viele Annahmen an. Man macht so viele Vermutungen. Du hörst irgendwas nur so halber in der Gruppe ratschen. Du kommst und die Leute hören auf zu sprechen. Und du meinst gleich, die Leute haben über dich geredet oder was auch immer. Die haben vielleicht gerade auch einfach über irgendein unangenehmes Thema gesprochen, das man jetzt gerade nicht weiter bespricht, wenn halt jemand dazu kommt. Was weiß ich, vielleicht haben sie gerade über ihre Dreiecksbeziehung geredet. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und man macht da oft so viele Annahmen, mit denen man sich selber das Leben schwer macht und selber immer Leid erschafft. Dieses keine Annahmen machen, das habe ich eben in dem Buch The Four Agreements. Ich weiß jetzt, irgendwas mit Rodrigues oder so ist der Autor The Four Agreements. Ich hatte es auf Englisch gelesen irgendwann im Urlaub. Und ein Agreement ist eben, keine Annahmen zu machen. Keine Vermutungen anstellen. Ja, eben. Man macht sich das, man denkt immer so, die Leute reden über einen oder was denken die bloß oder so. Was bringt dir das denn? Du weißt nicht, was sie denken. Es kann auch, oder warum war dein Chef heute so pissig zu dir? Warum war er heute so scheiße drauf? Und du machst gleich die Annahme, dass es was mit dir zu tun hat. Vielleicht ist der Chef einfach aufgestanden, hat irgendwie eine Rechnung ins Haus bekommen. Frau war auch schlecht drauf. Und dann kommt er halt auch schlecht gelaunt in die Arbeit. Muss gar nichts mit dir zu tun haben. Macht euch da nicht so im Kopf. Das ist wirklich... Probiert mal euch dabei selber zu ertakten, wenn ihr irgendwie denkt so, was denkt er bloß? Und was ihr euch damit schon selber für ein schlechtes Gefühl macht? Es ist so unnötig. Und ich habe damit immer... Jetzt mittlerweile schaue ich drauf, wenn ich merke so, dass ich irgendwelche Annahmen mache, was die denken könnten oder was der jetzt gefühlt hat oder so. Ich lasse es weg, wenn ich es nicht weiß. Es sind nur Vermutungen. Sich deswegen wegen Vermutungen ein schlechtes Gewissen zu machen, völliger Schwachsinn. Macht keine Annahmen, was jemand gedacht hat. Wenn es euch dann wirklich interessiert, fragt nach so, ey, irgendwie hat es für mich den Eindruck gemacht, dass du jetzt sauer auf mich warst, deswegen, weil du da an dem Tag so pissig warst. Und dann sagt er, ey, nee, ich bin nur gerade voll pissig von der Arbeit gekommen und deswegen habe ich das so gesagt und war halt nicht gut drauf. Und macht keine Annahmen. Macht wirklich keine Vermutungen, was ein anderer denkt. Denn entweder ihr denkt nicht drüber nach oder ihr fragt einfach nach und klärt die Sache. Aber Vermutungen anstellen bringt euch einfach nicht weiter. Das ist so eine Regel, die mir sowas von geholfen hat bei vielen Sachen. Und die bringt einen wirklich, denke ich, weiter. Wenn man das mal schafft, immer zu erkennen, wenn man gerade Vermutungen anstellt und wenn man sich das mal zur Gewohnheit macht, zu beobachten, dass man gerade Vermutungen anstellt, wenn man auch gelernt hat, achtsam zu sein und sein Bewusstsein zu beobachten, dann kann man das Ganze auch ganz einfach durchbrechend sagen, ey, halt, was stelle ich denn gerade wieder für irgendwelche dummen Vermutungen an? Muss gar nicht so sein. Es sind nur Vermutungen. Wenn ich es wissen will, frage ich nach und fertig. Oder ich denke nicht mehr drüber nach. Das sind verschwendete Zeiten, wo ich über Annahmen nachdenke, die gar nicht so sein müssen. Keine Sorgen darüber machen. Und wenn es euch trotzdem interessiert, fragt die Leute einfach, wie es gemeint war, fertig. Peace, Leute. Peace. 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 Vielen Dank.